So Freunde, willkommen zu Let's Play Sao! Beim letzten Mal haben wir... ...haben wir, glaube ich, da den Kampf gegen die Nerds verkackt... ...und sind dann zu den Knittchen da gegangen und haben den Eis gekämpft gemäuscht. Und jetzt machen wir weiter, sag Hallo! Hallo! Jetzt war's! Jetzt, er geht nur ab. Bau und gemein, ein brauner Stein. Großer Felsburg geht den Weg. Und ich hoffe nicht drum herum, das wäre so zu einfach. Naja, klar. Alles klar, was auch her, Stein. Achso. Royal Grey Rock. Oh Gott. Oh. So. Subjekt, Stein, Farb und Grau, Interesse nicht worden. Großer ist Teil welcher, wo er aus dem Boden gewachsen ist. Keine Ahnung, was das genau ist, aber es ist hässlich. Äh... Eine Mimik. Ist sie stark? Geht. Trugfills? Ja? Tch, schlicht. Was? Ich hab keinen Schaden genommen, ne? Ja, du bist ausgerichtet. Nimm keinen Schaden, das Ausweich? Stimmt. Ja, das sind halt alles Spezialangriffe. Ja, die trifft gerade nicht. Stimmt. Fällig gut. Gut. Oh. Gut, die macht auch schon Schaden. Sie gleich nur mich an. Danke. So. Welche Leben hatten die denn? Ich glaube, 333. Oh, dann müsste es schnell gehen. Ja, du hast halt Glück, dass du gerade wirklich gar nicht getroffen bist. Find ich gut. Ich hab ja auch mal Glück gehabt. Bam! Brem! Brennholz! Der ist hinüber. Oh, ich krieg gar nichts. Doch, warte, ich weiß! Brennholz! Tust, dul, tust, Est. Tz. Sud, lud. Gut, okay, was ist doch nicht. Also, ist das so Schwachsinn? Das ist Latein. Also Schwachsinn. Richtig. Ja, zerbrochen. Links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Es ist doch viel zu hell! Komm schon ein bisschen epischer, wenn sie... Nein. Oh, er trägt eine Sonnenbrille. Er muss... Nein, das Spiel ist nicht toll. Nein, das mach ich nicht. Es ist viel zu hell. Nein. Gut. Was? Hä? Verwandlung! Das Spiel macht der Mondnebel! Macht auf! Ich bin Sailor weiter! Nach dem Mond werde ich nicht penetrieren, so. Gottes Willen. Schlecht. Hm, weiß ich. So. Das hast du jetzt davon. Heute ein Stein geschlagen. Diese Blaulicht, wie das Stein wurde noch nicht von deinem Pixel-Holz durchbohrt. Ah, ich stand dabei was. Weißt du, das Pixel-Holz? Hm. Weißt du was? Irgendwann. Irgendwann dann werde ich... Ich dich mal stolz und sind uns irgendwas untersuchen lassen. Lebe in Angst. Nein, danke. Nein, ich weile mich. Ich sag nichts mehr, oder meine Anwalt. Oh Gott, ey. Dieses Braunfestival bewegt sich nicht. Ich unterhält, dass sie tot ist. Wieso machst... Also... Wieso wächst wie eigentlich? Hier fällt ja nicht einmal Licht herein. So. Nichts weiter als ein großer Stein, den der Herrspiel erstellt, auf diesem Map platziert hat, um die Erde zu füllen. Okay. Hm, was haben wir denn hier? Zwei Gas... Nützlich. Moment mal. Moment mal! Hm. Okay. Nein. Ich dachte, es kommt irgendwie so ein Seeungeheuer und frisst mich oder so. Nein. So. Mal sehen. Autsch. Dieser Ton. Es tut auf den Ohren weh. Hm. Sau. Vanal. Was zur... Okay, konzentrieren. Das hätten wir also geklärt. Was? Ich dich. Ach Gott. Was machst du hier? Arbeiten. Deine Arbeit scheint nur aus, in der Gegend rumstehen zu bestehen. Der Schein trügt. Wie falsch geht. Äh. Ich wurde angeheuert, um den Boss auf dieser Web zu beseitigen. So einer bist du also. In der Tat. Willst du das anstellen? Ich bin ein begnadeter Magier. Ich habe Mittel und Wege, um so etwas zu erledigen. Da hätte ich ihn doch Finstruckkugel herbeibringen können. Zuspielen. Ich weiß gar nicht, ob der es überhaupt lernen kann. Ah. Wie einfach davon aus, dass es dich kann, dass es keine Verständnis war. Okay. Und das heißt im Klartext? Ich habe die Fische in diesem Gewässer etwas verändert. Allerdings... Achtung! Was ist zum... Was ist das denn für Fische? Meine Magie ist etwas aus der Kontrolle geraten. Ja, das sehe ich. Zicke stark. Probier es einfach. Magie, Brand, Eiskristall, Donner, Leuchtheiter. Hm. Frage. Ist das hier Realität oder Pokémon-Prinzip? Von Elemente her? Ich glaube, Donner gegen Elektro... Äh, ja. Gegen Wasser. Also Pokémon. Was? Magabaggriffe treffen nicht. Doch, die treffen. Du hast einfach nur beide dich getroffen. Also halt einfach nur fest. Ja. Und das war ja... Hält sich wenigstens ein bisschen beschwören können? Ich merk's mir fürs nächste Mal. Das war ja einfach. Fischfili. Was zum Enkla... Ich wollte diese Fische eigentlich benutzen, um den Boss auf dieser Map zu besiegen. Hat wohl nicht wirklich geklappt? Eigentlich schon. Achso, es geht instant weiter? Ja. Was soll ich heißen, eigentlich schon? Diese Bieser greift uns an. Muss halt noch etwas an meiner Magie fallen. Sag ihn. Was denn bitte? Alles versucht mir gemeinsam zu machen. Guck mal doch. Das, was jetzt alles angreift. Äh, sicher, was ich euch schriftlich beschwören können? Sicher, aber dann wäre ich ja mein Ziel gekommen. Bisschen so, aber auch nicht. Äh. Okay, ich sollte mich erst mal heilen. Ja. Donner, Brand, Donner, Brand, Eis. Wenn auch Donner. Du kannst doch mit leichter Heilung heilen, natürlich. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das heilt. Mal sehen. Joa, guter Schaden. Moment, Trugbilder. Ne, würde ich nicht machen, weil die nach einem Kampf wieder weg sind. Okay. Ich dachte, das wäre der Boss. Nö. Da bist du noch lange nicht. Oh lord, ist das so. Deswegen soll ich zu viele Monster-Macher holen. Ja. Wenigstens ist das stark. Können wir gar nicht mal so schlecht. Danke. Ich war halt fleißig. Das sehe ich. Und der Musikregler ist gerade voll am Absprachen. So. Hat Zeit voll, ne? Kreuzschlitz. Du meint nicht, Stopp. Und Umschlag. Was total unnützlich ist, ich mach's fest wie nur meinen Fisch fertig. Ah, wie ist immer ich? Du bist der Protagonist. Und das ist der Protagonist. Ach, halt die Klappe. So. Wow, das war gerade haarscharf. Ne? Ja. Ja. Ich habe sowas von gestoppt. Das heißt nicht umsonst Giftfisch. Genau. Wie ich sage ehrlich. Ein... Alter, ist doch gut. Moment. Keine Heil tragen. Du warst einen Donner hier. Ich schüsse du Arsch. Ist doch gut, Mensch. Nein! Das war doof. Alter, was? Ich bin tot, ne? Weiß ich nicht. Nur zum großen Heil tragen. Ja. Stimmt! Nein! Wow. Aber jetzt zum Beispiel, das riechst als ganz hilfreich. Mehr Geld verstanden. Ja, konnte ich noch nicht wissen. Ja, ja, ich weiß. Pause. Nein. Wie nein? Nein, noch keine Pause. Und wieso nicht? Wir sind noch nicht fertig. Und ich mag keine alten Sachen. Spinner. Oh, Lord. Das sind die letzten. Weißt du das? Ich habe meine Beschwörung mitgezählt. Ah. Oh, Lord. Muss ich gleich instant zum Boss deinen gehen? Der kommt direkt hier nach. Ja. Ja, du willst mich ver... Ich dachte, er stirbt. Ja. Was? Toll. Er ist tot. Jetzt? Ja, lass ich das wohl noch mal machen. Oh, willst du mich verarschen? Mann, was ist für eine Kacke? Ja. Toll. Geil. Super. Geil, Omanzco. Dauert keine Ewigkeit. Ah. Geht vom. Toll. Das waren die letzten. Endlich. Fehlt nur noch einer. Äh? Wie ist hier noch einer? Ich dachte, wir wären fertig. Achso. Oh. Nein, er war aus dem Meppler. Ah, verdammt. Ach, bringen wir es hinter uns. Du bist schon tot. Oh, Mann. Das ist einfach nicht mein Tag. Und das da ist was? Das ist das Monster, welches ich beseitigen sollte. Du hast meine Frage nicht verstanden. Was ist das? Ein riesiger Oktopus. Und... Den haben wir jetzt um, richtig? Allerdings. Nein, du bist schon tot. Der Zweiten ist es. Super. Ich habe die besten Chancen. Ich habe keine Ahnung, wie ich vergiften kann. Versuch's einfach. Ich verstehe schon, warum du dir Hilfe beschworen wolltest. Hab ich ja gesagt. Nicht ganz schwach dieser Oktopus. Ne. Super. Ich hätte... ich hätte kapiert. Meint Ihnen, klappt das? Nein. Also anscheinend nicht. Also anscheinend nicht. Du triffst mich die ganze Zeit nicht und... Ich gewinne. Nein. Wow, der Schaden will sich verarschen. Das ist meine Muttiwüste. Ich kann mal gucken, ob man ihn überhaupt vergiften kann. Wahrscheinlich ist er immun. Und währenddessen benden wir erstmal kurz den Part weiterhast. Wer in der Tür von der Tür sagt tschüss. Und tschüss. Und tschau. Nein, er ist immun gegen Gift.